einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zurück zu anno 1800 so die insel fertiggestellt ich habe ein bisschen eingekauft ich habe auch schon was vorbereitet hier schau ich mal was ich nebenbei das eingekauft habe es ist so braunhaft ich habe vergessen wir müssen diesen blauen lieferdienst oder wie man sagt lieferdienst blauer himmel und zofer blauer himmel müssen auch schon mal einkaufen damit wir dann diese insel dementsprechend auch fertig stecken das machen wir nebenbei zuerst statt wenn wir die letzten gebäude jemand aus damit die aber die produktion hier besser läuft die insel wird ihn noch wenig länger dauern als gedacht vermutlich hier muss ja erst mal alles angekauft werden nach und nach das wird dauern eine sache können wir gleich schon mal verteilen jetzt müssen wir ganz kurz die aufwerte und wir müssen ein paar lagerhäuser hier einbauen da nach hier machen wir auch noch eins rein damit einmal hier produziert werden kann so jetzt müsste es eigentlich laufen ihr müsst jetzt hier zack 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 hin und sprinten das passt gut das hätten wir jetzt könnten wir ich glaube wir haben ganz kurz checken ich habe das vorhin schon mal durchgezählt aber wir haben genau wir haben 22 rathäuser was wieder bedeutet wir haben 21 von der guten macht sie ist gleich fertig dann können wir schon einladen das gut passt sich perfekt fast wie fast wie abgesprochen hier noch ganz kurz bis sie fertig ist und genau in dem moment sie fertig das ist ja just in time sage ich euch und dann können wir die hier schon mal reinladen dann können wir erst mal gleich die items rüberbringen beziehungsweise bevor wir das tun würde ich sagen machen wir ja gleich wie zu tun nebenbei müssen ganz kurz mal die alle abreißen so so vom stapel gelaufen so und so wir müssen nämlich noch was reinbauen wir brauchen jetzt hier einmal das und eine schule müsste das gewesen sein damit wir hier dementsprechend weiter bauen können beziehungsweise ausbauen können stört mich dass die so steht so hier noch da noch 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 ein weiter da und da können wir die ausbauen und dann können wir einmal kurz ein leck rausholen und die einmal upgraden dann können wir hier nämlich nach und nach hier ausbauen da sehen wir schon hier für den straßen ist nicht gut genau wo straßen hier jammert er auch hier ist auch große gejammerung da hinten auch ich kriege ich da nicht es tut mir leid da muss ich dich wieder abreißen und jetzt fällt mir gerade ein haben wir noch gar keine post gebaut oh gott was ich alles vergessen habe oh mein gott war überhaupt nicht vorbereitet und hier passt keine post rein so so erstmal außen rum und dann sehen wir weiter ab ja wenn man mal irgendeine sache wieder vergisst und das dann nachkrank kommt ich meine ist jetzt gerade noch nicht so wild können wir trotzdem gleich noch ausbauen überlappen der radios behoben hier passt was rein da passt was rein hier auch so so hat ja manchmal seinen vorteil dass man einfach nicht perfekt baut dann kriegt man andere dinge rein nein hier nicht auf gar keinen fall dahin hier geht es kriege ich auch eine mehr rein hier da das war es schon fast ne ja doch hier geht es auch noch gut dann können wir die einfach ausbauen und bei der anderen warten wir mal ganz kurz bis die sich quasi upgrade haben wir können in der zeit hier das erste item reinladen geh weg bitte danke obwohl das ein ganz cooles item war eigentlich wenn ich das richtig gesehen habe ist das etwas für die arktis was man da ganz gut gebraucht könnte oh stimmt arktis das wird so das nächste sein wo wir hingehen müssen bärenfälle muss ja noch ein bisschen pushen da oben ne haben wir jetzt 22 mal das item hier drin schon ja haben wir cool das heißt wir können auch schon mal anfangen hier die items wegzubringen gut das hätten wir hier müssen wir natürlich noch weiter planen das würde ich jetzt nicht machen wollen eigentlich hier können wir schon mal upgraden das ist ein großteil hallo dankeschön gib mir deine einwohner ja du musst es erdulden genau ist ja so schwer bei uns hier dann sollten wir jetzt hier die items ausladen können nein ich dahin bitte oh gott habe ich da viel eingekauft du passt viel zu viel aber hey was tut man nicht alles hier passt noch alles oder ja ist voll krautstück müsste auch relativ voll sein jo sehr schön da muss ich mir keinen kopf machen so du kannst was du 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 stelle ich mal vor wir hätten das nicht man wäre das und spaß sie alle rüber zu bringen wieder ein teil hochbringen das wird es nicht so der einwohner push sein das wird alles später kommen aber wir sollten natürlich damit schon anfangen es wird noch sehr viele rohstoffe fressen und auch zeit so die machen wir noch ganz kurz hier fertig diese items dann können wir glaube ich echt mal langsam wieder die arktis gehen schon mal zumindest die inseln alle besiedeln und uns überlegen wie wir die am besten ins plan von dem bei einkaufen das ist nicht die arktis das ist die ich bin sagen wir noch 12 hier sind sich alles super kleine inszenieren und das schiff hier nehmen da müssen wir mal drei vier schiffe rüberbringen jedoch schon mal bitte in die arktis zwar dahin und ihr geht bitte in die arktis und zum einkaufen das sehe ich jetzt als einzige option nebenbei schon mal einkaufen die items besorgen und müssen mal schauen was haben wir denn hier mal drin genau die heizung haben wir noch einige nehmen wir noch die items hier drin in der heizung auch nicht aber wir sind auf jeden fall da ist übrig die ich nachher abholen kann das hilft schon mal wir brauchen eine heizung ein freiluftgrill die einwohner halt was brauchen die heizung zehn schrott ist denn das schrott wir haben sieben und ich habe ja das schiff abgezogen oh nö aktis da hätte einem café sie spielen schon seit zwei stunden das wäre so schön wenn ich wirklich mal zwei stunden spielen würde moment guck mal kokos kokos fehlt wieso fehlt hier kokos oh ne hier wird produziert aber mist ist hier ein bisschen vielleicht schwach geworden wie sieht ein mist hier aus ist voll hä haben doch genug kokos oder oh bitte lass mir genug kokos ja haben wir äh dann mache ich hier wenigstens noch zwei drei kleine drauf dann können wir die items hinausladen zip wir können in der zeit noch mal weiter upgraden oh ja sonst erwische ich alle ne aber sehr gut ja hier muss ich auf die schiffe warten das sind alles hochgelegene ne du hast nicht viel platz hier wie viel tonne mache ich hier auf so einer insel 26 ist echt wenig hier könnte ich vielleicht noch ein bisschen was rausführen sagen wir mal 20 5 10 vielleicht das wird ein akt schiff vom stapel gelaufen naja wir kriegen das schon irgendwie hin das muss ja anders geht's nicht gut während die schiffe darüber gehen können wir schon mal gucken dass wir das irgendwie planen wir brauchen hier auf jeden fall mittig platz hier brauchen wir platz ach so jetzt seid ihr da jetzt wo ich angefangen habe nein falsch da äh welche sind denn angekommen die ja sehr gut können wir Schrott sammeln was für ein Opus Magnum immer der Nase nach yay Schrott sammeln was ein Spaß ein Schrott und ich brauche 30 oh Gott erschieß mich klarer Himmel ich sollte vielleicht bei einem Schiff bleiben oh vier yay die Erdner-Schiffe kommen ja auch gleich an damit muss ich nebenbei schon mal einkaufen in der Zeit Schrott sammeln naja und dann können wir uns um die um die Inseln schon mal kümmern dass wir uns die zumindest besiedeln dann einfach schon mal nach und nach anfangen vielleicht können wir mit der großen zwei Inseln abdecken wenn wir ein Wohner da 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 hier Schrott yay sie haben nein da wollte ich nicht hin ich wollte hier hin cool die ersten sind fertig dann können wir hier anfangen sie haben ein neues Zwischenziel erreicht ja danke das weiß ich äh nein da da wohin soll es gehen ja nicht wirklich interessant Motoren gestartet so brauchen die Schiffe so lange hierher naja gut wir haben jetzt zwölf relativ schnell gemacht das heißt eine Insel können wir schon mal anfangen Motoren gestartet und hier sind die Schiffe da perfekt was brauchen wir denn für Waren äh Baumaterial zwei 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 machen wir es so und dann können wir die hier erstmal besiedeln wo ist denn hier der Strand das hier ne so rum nein 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 hier hin wir wollen ja nicht falsch rumfliegen ne hier hätten wir echt Schiffe hier abstellen sollen vorwärts oder darauf nach den Schrott einsammeln sollen aber so hat man jetzt äh das Problem aber gut wir müssen es jetzt nur einmal uch was ist denn wir müssen es jetzt so einmal noch machen einmal richtig viel Schott sammeln und dann haben wir erstmal die Items zumindest für die vier Stück wieder sehr gut für die drei Inseln die müssen wir fertig machen nebenbei während wir dann da dementsprechend ausbauen nehmen wir die andere Insel fertig machen was machen wir hier eigentlich Robbenfleisch Robbenfälle Pelle so hier können wir schon besiedeln das heißt du kriegst die Sachen hier rüber hatten wir jetzt hier nicht auch eine Route ne haben wir nicht von da nach da habe ich hier noch Eisen drin so und so und so und so so jetzt wünsche ich mal Baumaterialien hier können wir wieder abbrechen später ähm wir müssen hier was denn hier gemacht nur mit Depots ne ja dann machen wir hier Depots hin wo sind denn die kann das einfach schon mal volllaufen ja wir hatten ja noch am Strand das war gut jetzt kommt er wieder mit seinem Opus Magnum ich will kein Magnum als mein Freund so das hätten wir schon mal man kann das hier volllaufen wir können es nachher noch ausbauen die Insel schimpft sich dann 406 hier nur 6 Bären 3 wohin soll es gehen wohin soll es gehen Schrott sammeln soll es gehen 1 damit müssen wir schon mal die ersten hier zusammen haben hier sind jetzt auch die Schiffe da ach welches Alters brauchen wir denn Sekunde genau der Köder Spezialist stimmt wir brauchen hier Rindfleisch Rindfleisch Sekunde von 302 so Capture Morni 302 Rindfleisch Rindfleisch wie ist das leer die neue Welt nein Arctis Sekunde Sekunde das muss ich mir ansehen ich glaube weil hier inzwischen alles still steht oder shit wann kommt er denn 5 Minuten machen wir es mal so dass zumindest Rindfleisch gekauft wird hier können wir weiter upgraden oh ein ganz gutes Stück sogar sehr schön ihr seid soweit auch zufrieden bereit für Ausbau sogar geil das ist ein anderer Schrott Messing nur fliegen ist schöner guck mal her wir gehen mal zu unserem freund und holen schon mal die erste Leitung mit spaß jetzt wieder die sachen einzukaufen beziehungsweise können sie auch erstmal abholen wir teilen was wir haben vor den anderen wo ich es nicht mehr brauche ja und hier fehlt das andere Fleisch da wird einiges zusammenbrechen ich sag's euch das werde ich nicht vermeiden können jetzt gerade wir sind abflugbereit äh ich hätte gern die Heizung einmal zweimal dankeschön so viel Schrott brauchen wir da ja gar nicht mehr warte mal du holst das bitte von hier ab wir können nochmal gucken ob wir upgraden können ein bisschen und wir müssen einkaufen einkaufen da wäre ich doch wieder blind bei ich sag's euch aber was tut man nicht alles jede Möglichkeit ausschöpfen die wir haben ich sag euch ich werd schon wieder echt blind nein ja ja mir geht's gut danke aber ich hab keinen Fall so du kannst schon mal hier hin können wir doch auch fast schon mal aufbauen du hast nichts gefunden und du kannst nochmal einkaufen hier war nämlich noch was wenigstens kriegen wir die Items ziemlich gut zusammen ja den brauche ich nicht hier nehme ich noch mit dankeschön und hier wollte ich euch auch die Items klauen und hier hin bringen gut wir müssen Schrott sammeln und wir müssen upgraden upgraden was brauchen wir denn für die Einwohner immer der und den Freilaufgrill was hat mir bitte nicht den muss ich auch bauen ich hab einen ganzen Haufen Zeug oh Gott ist der teuer ach du Schande ja Leute ich werd noch ein bisschen Schrott sammeln müssen wohin solls gehen freund dafür zum umwandeln Kohle und Rentierfleisch hey das wird noch ein Spaß was soll ich euch mehr einwohlig mal verwerbsam Bonn das heißt da müssen wir sammeln ich weiß gar nicht wie schnell die hier respawnen die Teile immer schön zu wissen Zwei oh gib mir mehr naja ist ja ein Projektmaß nebenbei in Höft wieso wird das hier nichts mit dem Rohstoffen ja na doch du entlädst ich brauch nur seine Zeit ja na gut ich werd noch ein bisschen hier rumsuchen mal gucken wie ich was finde und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder vielen Dank fürs Zusehen macht's gut bis dann ciao ciao never noch bist du